moin moin und willkommen auf meinem kanal hermann 1250 schön dass sie wieder eingeschaltet haben diesmal im einsatz sind die campag tc 03 die e-seeker ig 220 sowie die e-seeker ig 400 viel spaß beim zuschauen so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dies soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen und gebt mir ein Like dafür. Schreibt auch gerne was in die Kommentare und wer natürlich Neues hier, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!